In diesem Slidecast erläutern wir Ihnen das ökonomische Prinzip. In der Literatur ist das Prinzip auch als Wirtschaftlichkeitsprinzip oder auch als Input-Output-Relation bekannt. Sie erfahren in diesem Slidecast, wie Unternehmen mit dem Zielkonflikt zwischen knappen Gütern und der Befriedigung unternehmerischer Bedürfnisse umgehen können. Inwieweit das ökonomische Prinzip als Leitmaxime des Wirtschaftens verstanden werden kann und wir erläutern Ihnen anhand von Beispielen den Unterschied zwischen den beiden Ausprägungen Minimalprinzip und Maximalprinzip. Alle Wirtschaftsakteure stehen ständig in einem Zielkonflikt. Auf der einen Seite stehen knappe Güter, auf der anderen Seite gibt es unbegrenzte Bedürfnisse. Um diesen Zielkonflikt zu bewältigen, müssen Unternehmen wirtschaften. Das heißt, sie müssen den Einsatz der knappen Güter planen und zwar nach der Leitmaxime des ökonomischen Prinzips. Dabei unterscheiden wir zwischen dem Minimalprinzip und dem Maximalprinzip. Beide Varianten des ökonomischen Prinzips möchten wir Ihnen anhand eines Beispiels erläutern. Mitarbeiterin Lisa macht ihren Kollegen Max auf ein Problem aufmerksam. Max, die Lagerbestände gehen zur Neige. Max wendet sich an die Geschäftsführung, die ihm zunächst folgenden Auftrag erteilt. Es soll eine Menge von 7000 Teilen bestellt werden und dabei auf die Kosten geachtet werden. Er soll also ein gegebenes Ziel mit minimalen Mitteln erreichen. Das ist das sogenannte Minimalprinzip. Die Geschäftsführung hätte Max auch bitten können, für ein bestimmtes Budget, in unserem Beispiel sind es 50.000 Euro, so viele Zulieferteile wie möglich zu bestellen. Also mit gegebenen Mitteln ein maximales Ziel zu erreichen. Das ist das Maximalprinzip. Beide Prinzipien zusammen, das Maximalprinzip und das Minimalprinzip, werden als ökonomisches Prinzip bezeichnet. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, wie Unternehmen mithilfe des ökonomischen Prinzips mit dem Zielkonflikt zwischen begrenzten Gütern und unbegrenzten Bedürfnissen umgehen können. Was der Unterschied zwischen dem Minimal- und dem Maximalprinzip ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017